Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal. Heute gibt es ein Speedbild mal wieder, denn der Nitralon, der macht auch Sims-Videos, den kennt ihr bestimmt, wenn ihr in dieser Szene am Start seid. Und der hat die Community gefragt, Tiny Häuser für ihn zu bauen, denn für die Katie aus dem Andy-Uni-Let's-Play. Und ich war so, okay, ich habe backt, hier Häuser zu bauen, weil das hatte ich ja auch gesagt im letzten Andy-Uni-Part, der übrigens Montag kam, den viele nicht so mitbekommen haben, was ich komisch fand. Also ich meine, was heißt komisch? Also ja, ich finde es immer krass, wenn ich Montag was hochlade, dann kriegen das irgendwie immer viel weniger Leute mit als sonst. Ähm, deswegen, wenn ihr das verpasst habt, dann guckt da doch gerne rein, wenn ihr das möchtet. Ähm, ich fand es nämlich eigentlich ganz gut, denn langsam geht's zur Sache und, äh, ja, da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Und, ähm, ja, wenn ihr Nitralon noch nicht kennen solltet, dann könnt ihr da natürlich auch reinschauen. Das ist, ähm, ja, also der Typ legt vielleicht nicht unbedingt so krass viel Wert auf seine Stories oder so. Also, beziehungsweise, also es ist schon eine Story vorhanden, aber ich glaube, bei ihm ist halt eher so sein Humor, etc. So sein Ding, weshalb er so ein bekannter Sims-YouTuber ist. Und, ähm, ja, ähm, wäre natürlich cool, wenn er das sehen würde. Wenn nicht, dann ist es halt so, aber wenn, dann hallo, schön, die hier so sehen. Wenn nicht, dann, ähm, ist es peinlich, vielleicht ein bisschen. Aber so bin ich normal, dass, das, das, das ist mein Leben in einer Nusschale. Ich habe versucht, das halt auch möglichst günstig zu machen, denn die Katie hat ja nicht so viel Geld. Und, ähm, ja, es ist teurer geworden, als ich es mir gewünscht hätte, aber ich konnte irgendwie nicht so viel daran ändern, weil ich wollte auch, dass es halbwegs gut aussieht. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr funktionell, ähm, im Sinne von hier, also hier für, für das Kind und so. Äh, ich glaube, ich habe es aber nicht getestet, ob es funktioniert. Das ist halt so eine, äh, ups, aber es wird schon alles, ähm, erreichbar sein. Ansonsten kann man das ja immer noch umstellen. Das ist nicht das Ding, ich habe den Briefkasten vergessen, übrigens, zu platzieren. Deswegen steht er da hinten im Eckstand später. I'm sorry, aber ich vergesse Briefkästen immer in Sims. Ich hasse das so sehr. Ich denke da nicht dran, als ob ich mir so denke, oh ja, der Briefkasten hier ist ganz wichtig. Also ich habe zwischendurch daran gedacht und war so, ja, ja, ich muss das gleich nicht platzieren. Und dann mache ich es einfach nicht. Hm, was bin ich eigentlich für ein Opferino? Ein sehr großes anscheinend. Ich habe gar nicht so lange dafür gebraucht, weil, naja, Tiny Häuser, damit kann man jetzt auch nicht unbedingt so viel machen. Also man kann schon viel draus machen, aber in dem Fall jetzt nicht so, weil ich hatte, wie gesagt, versucht, dass es preisgünstig ist. Und ich wollte halt auf dieser Stufe bleiben mit dem Tiny House. Also ich wollte nicht, dass es die etwas größere Version ist. Ich weiß gar nicht, welche, also ob das jetzt, also ich weiß gar nicht, wie die Stufen heißen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich google das jetzt einfach mal nebenbei. Denn das ist, ähm, das interessiert mich gerade. Ähm, Mini House Grundstücke Sims 4. So. Auf jeden Fall, ähm, ja. Ich bin jetzt auch gar nicht mal so krass zufrieden unbedingt. Ähm, mit der Einrichtung tatsächlich. Also ich dachte, dass es cool werden, also cooler werden würde. Aber das Ding ist, wie gesagt, ich wollte es günstig halten. Und da kannst du einfach nicht so viel Cooles machen. Und deswegen war ich so, hm, that makes me sweet. Und deswegen war ich sehr sweet in meinem Leben. Ja. Ähm, aber das passiert einfach, denke ich. Ne. Ähm, ich hab das in Magnolia Promenade, ähm, gebaut. Ich hab er noch nie in der Stadt gebaut. Aber, ja, ich hatte halt Bock drauf. Also von außen, finde ich, sieht das Haus sogar ganz okay aus. Aber ich bin von innen nicht hundertprozentig zufrieden. Weil halt alles nicht so gepasst hat, wie ich es wollte. Und ich wollte jetzt nicht auch nochmal alles komplett neu machen. Also so, so der Grundsatz und so, das gefällt mir schon. Aber, ähm, es gibt so ein paar Dinge, wo ich mir denke, so, hm, das hätte auch vielleicht besser aussehen können. Aber, ähm, ja, passt schon, ne? So, und wir gucken jetzt. Wo steht denn das? Was können wir denn für coole Sachen machen in unserem Leben? Wie heißt das? Ähm, irgendwo muss das doch hier stehen, in diesem Artikel. Come on. Brudi. Mini-Haus, Wohngründstück. Ja, genau. Also, das kleine Haus, das ist mit maximal 100 Feldern. Ich hab ein Mini-Haus gebaut, mit 64 Feldern. So, das andere wär ein Mikro-Haus, okay. Also, ich hab ein Mini-Haus gebaut. Ähm, ja, genau. Äh, ich hatte natürlich auch ein kleines Haus machen können, aber ich dachte so, okay, das wird ja noch teurer. Wär halt auch ein bisschen dumm, ne? Also, ich mein, ein Mikro-Haus wäre natürlich richtig cool gewesen, aber ich glaub ich, also das Problem ist, ich mag es schon sehr eng und klein zu bauen. Ich hab hier, ähm, ich hab hier, ähm, in meiner Legacy-Challenge, hab ich auch gerade ein Haus, ähm, das sehr minimalistisch aufgebaut ist. Das kann ich euch ja auch mal zeigen, was halt auch dazu passen würde zu dem, was ich noch vorhabe in meinem Leben. Ich möchte euch nämlich quasi, ähm, auch nochmal sowas zeigen mit, ähm, Current Household, beziehungsweise halt, ähm, das hatte ich schon mal angeteased, dass ich halt diese Video-Idee habe. Das ist die Video-Idee, die ich habe. Ich möchte nämlich, ähm, quasi ein bisschen zeigen, wie würde ich eigentlich privat spielen? Spiele ich da anders? Oder, keine Ahnung, ne? Ich finde, ähm, mich interessiert das auch bei anderen, die meisten Sims-YouTuber machen das ja beruflich. Ich denke nicht, dass sie privat so viel spielen. Ich spiele privat, ähm, halt meine Legacy-Challenge, deswegen, ja, denke ich, ähm, kann man da ganz guten Unterschied sehen, weil ich finde, ich spiele schon ein bisschen anders. Aber wir haben zur Zeit auch jetzt nicht so die krassen Story-Let's Plays da. Also, an die Uni geht natürlich jetzt gerade Richtung Story, weil, ähm, sie halt einfach mehr Zeit für sich hat und jetzt ein paar Leute kennenlernt. Und, äh, ne, ähm, deswegen, das geht ja so ein bisschen in Story, aber das, ähm, ja, müssen wir ja gucken, ne? Also, irgendwann möchte ich auf jeden Fall eine richtige Story-Let's Play haben. Bei der Baby-Challenge kann man das jetzt nicht so richtig machen, aber da möchte ich das auf jeden Fall machen. Ich bin gespannt, ob ich dann das genauso, äh, spiele wie privat, aber ich möchte euch auf jeden Fall mal zeigen, wie ich privat spiele. Deswegen, ähm, ja, ja, das, ähm, muss ich nur gucken, wann ich das mache, weil das Problem ist, ich habe sehr viel zu tun. Ich schreibe sehr, 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 sehr viele Klausuren in nächster Zeit, etc. Und mündliche Prüfungen und was weiß ich nicht für eine Sachen und Hausarbeiten und, äh, irgendwann werde ich euch darüber auch noch mal ein bisschen was erzählen, weil, ähm, bei mir läuft das ja alles noch ein bisschen anders gerade. Deswegen, ähm, ja, also ich würde euch gerne das irgendwann mal, äh, quasi näher bringen, was eigentlich bei mir so passiert und wieso ich quasi nur zwei Videos die Woche bringe, weil, also ich finde, das für mich ist halt richtig viel, aber ich glaube, von außen kommt das nicht so rüber, weil für mich ist das richtig viel einfach so. Deswegen, ähm, ja, wir, wir, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also ich werde euch irgendwann aufklären, wenn die Situation es sich ergibt und dann, 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 dann lernt ihr mich richtig kennen. Also, meine Let's Plays lernt man mich schon kennen, aber jetzt nicht so krass, wie wenn ich jetzt halt euch quasi genau erklären würde, was eigentlich abgeht im Leben. Und, ähm, jo, genau. Ähm, ich habe übrigens versucht, hier mit ein paar Debug-Objekten, äh, zu bauen, aber irgendwie wurden mir nicht alle angezeigt. Also, was ich komisch fand, weil ich habe die Cheats auf jeden Fall richtig eingegeben. Ähm, vielleicht bin ich auch einfach dumm. Kann auch sein. Aber, ähm, ja, ich wollte halt damit ein bisschen rumspielen, damit, ähm, es halt weniger Geld zustande kommt, aber irgendwie hat das nicht so gut funktioniert im Leben. Und das war dann ein bisschen traurig, aber, ähm, ja, passiert, ne. Ihr könnt das Grundstück übrigens in der Galerie runterladen. Es ist, äh, eines meiner meist-ob-geb-geb-downloadeten Objekte, die ich hochgeladen habe, wo ich mir auch so dachte, okay, warum? Also, ich fand es nicht so krass, aber ich akzeptiere es auf jeden Fall, weil, ähm, ja, also ich bin jetzt nicht der krasseste Fan von dem Haus, aber, ähm, ich bin jetzt auch nicht komplett abgeneigt von dem, ne. Und, ähm, ich denke, dass halt viele einfach vor allem das mögen, weil es einfach ein Tiny-House ist und das funktioniert und das ist für, äh, eine Mutti und ihr Kind vernünftig, ne. Und trotzdem ist noch ein bisschen Platz da, um quasi das auszubauen in dem Sinne. Und, ähm, ja, ne. Also, ja, wie gesagt, ich find's okay. Also, ich hätte mehr daraus machen können, aber es war mir einfach nicht vergönnt, dass es so funktioniert. Deswegen, ja. Ähm, gut, äh, ich habe sonst, glaub ich, nichts mehr zu sagen. Und, ähm, ja, wir gucken uns jetzt nochmal diese coolen Screenshots an, wie das hier aussieht und, ähm, wir befinden uns jetzt in der Endcard. Da könnt ihr noch auf irgendwelche coolen anderen Sachen klicken. Viel Spaß. Und jetzt würde ich einfach nochmal sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss. Tschüss.